Bismillahirrahmanirrahim, heute haben wir für euch ein Spezialprogramm vorbereitet. Besser als alles Kevin allein zu Hause und Herr der Ringe und John Rambo und alles was sonst die Tage läuft. Heute um 18 Uhr erstmal findet unser großes Finale statt, der Vortragsreihe über das Leben von Imam Amiral Muminin a.s.l. Teil 30, das Martyrium von Ali und damit der Abschluss dieser Vortragsreihe, an der wir nun inzwischen ungefähr drei Jahre gearbeitet haben. Damit haben wir nun die umfangreichste und größte deutschsprachige Vortragsreihe über den Fürsten der Gläubigen auf YouTube. Mit dem Segen Gottes und der Erlaubnis Gottes konnten wir dies fertigstellen. Und an dieser Stelle wirklich nochmal ein großes Dankeschön an alle Geschwister, die uns über die Jahre mitverfolgt haben, die Vorträge sich angeschaut haben, die verbreitet haben, supportet haben, Feedback gegeben haben. Nur durch euch konnten wir das wirklich so fertigstellen und erfolgreich sein lassen. Alhamdulillah, also heute um 18 Uhr Teil 30, das große Finale unserer Vortragsreihe. Aber wie man so schön sagt, das Ende einer Vortragsreihe ist der Beginn einer neuen Vortragsreihe, inshallah, beziehungsweise die Fortsetzung der noch offenen Vortragsreihen. Und um 19 Uhr die langersehnte Doku über Imam Al-Hussein, a.s.l. Darauf freuen wir uns schon die ganze Zeit, schon seit dem ersten Trailer. Ich hoffe, auch da seid ihr dabei. 19 Uhr, also die Dokumentation über Imam Al-Hussein, die etwas über eine Stunde geht, inshallah. Das heißt, heute Abend von 18 bis 20 Uhr wisst ihr, was zu tun ist. Erstmal der Vortrag und dann die Dokumentation über Imam Al-Hussein, a.s.l. Inshallah werden wir alle einen gesegneten und schönen Sonntag haben. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum. Und, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.